Gelübde von Grigori Viero Ich weiß mal, in Mitternacht oder wohl am Tagesanfang wird mein Leben zugemacht auf sein Buch beim Lesegang. Mit dem Lesen sei hierzu bis zur Mitte, wo die Bilder, aber mach das Buch nicht zu wie die kalten Augenlider. Lass es so geöffnet bleiben, dass die Tochter und mein Junge weiterlesen und betreiben, was dem Vater nicht gelungen. Und wenn sie nicht spüren werden, Sprache und Posaunenklang, Lass es mir als Kissen legen, mit Hochwälder im Gesang. Regament, stiu cândva la meste noapte, ori la răsărite soare, sting și emisori ochii mei, toate asupra cărții sale. Am să ajung atunci o parte, la mijlocuri aproape. Ce să nu închideți cartea, că perecele pleoape. Am să lăsați așa deschise ca piatul meu, ori fata să ciicească mai departe ce năduvit nici tata. Ea de nou s-audă, demn și alsta vecheie slăbuciu, așizați-mi eu cabena cu toți codrii ei în spuciu.